morgen meine kampfkumpel zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von ledden ein das war ihr leben in der letzten folge waren wir hier eine runde und uns erwartet immer noch was in der dunkelheit wir müssen auf jeden fall hier durch ich hoffe dass wir das diesmal schaffen der letzten folge bin ich ja wunderschön gestorben kamerasicht gut die ersten haben wir hier bin ich ja hinten gestorben um Ja, scheiße, was mache ich denn? Warte, 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 warte. Erstmal die Steuerung wieder gewöhnt. Hilme hat schon Volkenbruch. Aber was muss ich denn da machen? Ich habe eine Taschenlampe und ich werde sie verwenden. Ah, Alter. Nein, du sollst dich nicht drehen. Ja, gute Frage. Nächste Frage, ne? Du sollst dich nicht drehen. Nein. Oh, er dreht sich. Ja, okay, könnt ihr vergessen. Was muss ich denn hier machen? Ich muss auf jeden Fall durch die Tür, aber... Ich habe hier jeden einzelnen Knopf gedrückt, nur nicht den richtigen. So, dann wollen wir mal. Renn, 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 renn. Oh, Gott. Nein. Ich komme mit der... Ich komme mit der Triumph rein, nicht klar. Ich drücke gerade fünf verschiedene Knöpfe gleichzeitig. Ich... Ich drücke gerade eine restrictere Knoten. Ähm, Ersch und Wolkenbruch. Gut, ich habe, wie gesagt, gerade fünf verschiedene Knöpfe gedrückt. Ist hier hinten irgendwas? Nein, ist es nicht. Bitte werd nicht lebendig. Ich bin froh, wenn ich hier weiterkomme. Ähm. Ja, sehr freundlich, danke. Nein, ich höre doch da schon irgendwas. Äh, diese Toilette. Wieso hat er das Licht ausgemacht? Ich habe keine Ahnung. Sind wir gerade in einem Gefängnis? Ich wusste es. Äh. 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 Nein, ich bin hängen geblieben. Ich bin gefressen worden. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Dieses Spiel bringt mich die ganze Zeit oben. Ich bin mal kurz still. Ah, jetzt weiß ich, was mein Fehler ist, Leute. Ich weiß gerade, was mein Fehler ist. Ich bin gleich wieder da. Kleiner Augenblick. So, dann bin ich wieder zurück. Ihr Lieben. Ich habe das Spiel mit Controller gespielt. Ich habe es gerade mit Tastatur gespielt. Dabei habe ich mit Controller angefangen. Deswegen kam ich auch gerade mit der Steuerung nicht klar. Und habe mich gewundert, warum geht das nicht? Läuft auf jeden Fall. Nämlich mit Controller hat man eine bessere Steuerung. Deswegen habe ich mich gerade auch so richtig blöd angestellt. Das ist mir gerade nicht aufgefallen, ne? Läuft jedenfalls. Ey, dein Ernst? Gut. Ja. Alles klar. Läuft jedenfalls. Deswegen konnte ich auch die ganzen Knöpfe nicht auf einmal drücken. und kam mir so spartanisch, gefühlt spartanisch vor. Nein, 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 nein. Scheiße, Alter. Dieses Spiel bringt mich nur noch um. Ah. Läuft. Nein. Einfach nicht so viel bewegen mit dem Scheiß. Ich muss glaube ich nur noch mal neu greifen. nicht so. Ich muss wieder mal kurz neu greifen. Nein, ich bin... Ich bin daneben gesprungen. Das ist doch jetzt nicht... Ich bin daneben. Ich könnte gerade... Ich könnte gerade... Heute könnte ich heuen. Das gibt's doch nicht, Mann, ey. Gut, auf Neues. Wenn Ihnen jetzt nicht... Oh. Das ist doch nicht. geht doch danke im jahr schon folgenbruch das war eine szene die er eben dazu sag ich jetzt nichts mehr gut das müssen wir mitnehmen dreh dich doch mal ob das teil darf ich bewegen wetten ich verstehe gut 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 ich verstehe oh sorry keinemann so was auf das licht geht gleich aus wetten langsam habe ich echt keine lust mehr mit diesen oh so Um... Oh Gott, da habe ich mich gerade erschrocken. Alter, Falter. Huh. Nein, 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 nimm den mal. Ich verstehe. Da ist das Beutelchen. Och, Beutelchen, ich habe dich so vermisst. Ich habe dich so vermisst, mein Beutelchen. Oh, gut, das wollte ich jetzt nicht. Ja. Gut, das Licht ist noch an. Warum sind wir jetzt eigentlich hier hingegangen? Und, hüpf. Ach ja, das Beutelchen. Warum sind wir jetzt hier? Oh, sind wir denn jetzt hier? Da gehe ich definitiv nicht mehr hin. Ach, wartet mal. Ja, es ist wieder ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal das wieder gespielt habe. Wir brauchten ja noch so ein Teil für irgendeine Tür. Oh, ey, ich liebe dieses Beutelchen. Ich liebe dieses Beutelchen. Es denkt einfach nur noch mit. Da brauche ich ja nicht so viel denken. Das ist so schön. Na, komm mit. Ich habe gar nicht still die Hand vom Beutelchen gegriffen. Hat man das gar nicht gehört? Wartet mal. Ich glaube, das hört ihr gar nicht. Kann mit dieser Steuerung... Ey, diese Kamerasicht. Ich fühle mich hier sehr wohl. Na, komm. Einfach Beutelchen wieder mitgezogen. Oh Gott. Ich traue das Ari hier nicht. Was? 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 verteidige mein beutelchen hätte er sein können ich hab dich verteidigt lob mich komm mit warum zeigst du mir das er kommt wollte ich hinkommen zu menken ist das denn ich werde gleich wieder sterben okay ach und und Was macht der da? Es war mir schon klar, dass sonst nicht herkommt. Ich glaube, da spielt Onkel Doktor. Ich gehe da rum. Ich muss da hinten ein Spielzeug holen. Oh, bleib hängen am Beutelchen. Ich gehe mal noch nicht weiter. Einfach mal alles gemächlich machen. Ich bin nämlich bei solchen Spielen sehr ungeduldig und sehr fix unterwegs. Wir haben Zeit. So, der dürfte sich ja jetzt gleich wieder bewegen. Na, ich warte. Ja, schieb mich weg. Ja, schieb mich weg. Ja, schieb mich weg. Ja, schieb mich weg. Ja, schieb mich da jetzt nicht das Bett hoch. Beutelchen läuft normal. Ich frage jetzt einfach mal dem Beutelchen, so. Beutelchen scheint ja dieses Spiel besser zu können als ich. Bin ich endlich raus aus diesem Krankenhaus? Was ist hier? Willst du Hände? Komm, gepatschentieren. Nein, nein, nicht. Beutelchen mag mich nicht mehr. Warum läuft das Beutelchen so langsam hinter mir? Die Platte sieht so aus. Okay. Ich würde schon sagen, die Platte sieht so aus, als ob sie runterfallen würde. Deshalb. Komm einmal hier drauf. Stört ja die Person nicht mehr. Gut, springet doch einfach. Gut, Beute, Beute, wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Lass mich raten. Ähm. Beute? Warum? Mein Beutelchen mag mich nicht mehr. Okay. Wissen Sprung wird er doch nicht. Ich glaube, ich muss mir nur... Ja. Da werden wir aber momentan noch nicht hochkommen können. Oh Gott sei Dank, ihr Harz. Oh Gott sei Dank, ihr Harz. Gut, da wird gleich jemand kommen. Wie, da kommt keiner, aber Beutelchen... Ich mag dieses Beutelchen in diesem Spiel. Ich darf sterben und Beutelchen hier... Hi. Bekommt alles hin. Merkt ihr schon, ne? Sehr nett. Mhm. Hier wird garantiert irgendwas kommen. Guck mal, ich glaube, ich habe ein Backmühl reingezogen. Die halten nicht mehr richtig Händchen. Ups. Wie? Okay. Ah, ich glaube, ich sehe es schon. Der Schrank natürlich. Oh Gott. Das wäre jetzt beinahe wieder in die Hose gegangen. Na, komm hoch mit dir. Ich will gleich nach dem Beutelchen rufen. Ich glaube, da wird noch ein größerer Spaß auf uns warten. Gute Lieben. Komm ran, Beutelchen wir fahren. Beutel? Gut, Beutelchen will nicht. Ich wollte mich gerade verabschieden, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für's Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Versuchen Sitzung bezüiem. Sieht Ihren albo Worm wir die Augen. Als ich seitoro? Bis zum nächsten Mal.